Hallo liebe Reparatur Freunde, hier ist die Maschine Siemens Bosch, das ist gleiche. Siemens Bosch, das war Kolen, Buster kaputt, Fehler 21, jetzt gerade habe ich Fehler gelöscht und zwar muss diese Opf 18 Uhr stellen und dann Knopf drücken. Und dann auf 19 Uhr, dann loslassen auf 4 Uhr, dann dieser Regime zeigt, jetzt welche, jetzt macht ganz durch alles. Wir haben es bestanden, zunächst 3 Sekunden auf Drehzahl und sofort auf 19 Uhr drehen. 19 Uhr 2, 3 Sekunden und dann auf 17 Uhr drehen. Und dann kommt dieser. Und jetzt Maschine zeigt alles wirklich. So, jetzt bestimmt. Jetzt bringt alles. Das ist mein Schloss, hier ist Wasser. Das ist mein Schloss. Das ist mein Schloss. bis zum nächsten mal